Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katrin von Blumenchip und heute ist mein Thema für euch Core Workout oder Core Stabilität. Warum das ganze so wichtig ist? Core oder so genannt das zentrale Training eurer Körpermitte ist die Basis, das Fundament für jede Sportart. Und wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr euch leistungstechnisch nur schlecht steigern. Ziel eines effizienten Core Trainings, ich zeige euch gleich zwei Möglichkeiten, ist ganz klar also eine positive Kraftweiterleitung von der Körpermitte aus in die Peripherie, sprich in die umgebenden Blutgefäße und natürlich auch in die Gliedmaßen und zugleich auch eine erhöhte Kraftentwicklung in dem Bereich. Das fördert dann zunehmend die Leistungssteigerung. Also, Checkpoint. Im Endeffekt braucht man es für jede Sportart, egal was man macht, man hat immer eine solide Körpermitte mit dabei. Der Körperschwerpunkt, der Punkt der meisten Kraftentwicklung ist zum Beispiel ungefähr hier zwischen Ober- und Unterkörper, etwas über der Hüfte in einer Linie zur Körperachse und daher ist es ganz wichtig, an dieser soliden Basis zu arbeiten. Und das tun wir heute. Gut, was ist Core Training? Im Core Workout schult man das Balancegefühl, die Körperwahrnehmung und beschäftigt sich wirklich auch mit dem Thema muskuläre Disbalancen und gleicht diese aus. Man spricht von ergonomischen Bewegungsabläufen, die man hier trainiert und jeder kommt in irgendeiner Übung an sein Limit. Und das ist auch gut so. Denn genauso gleicht man seine Stärken und seine Schwächen wieder aus. Und das wollen wir immer. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen wachsen. Wir wollen einen Fortschritt haben. Und dann macht das Training und das Workout, egal wie das bei euch sonst so aussieht, noch viel, viel mehr Spaß. Versprochen. Denn ihr haltet länger durch. Gut, was habe ich für euch dabei? Thema Körperbewusstsein. Ich mache mit euch eine Challenge. Eine sogenannte Leather Challenge. Ihr habt ja im Moment 1000 Challenges. Ich finde die richtig cool. Sie ist kurz, aber knackig. Und zwar steigern wir uns hier gleich progressiv. Wir beginnen 30 Sekunden lang mit einer Grundübung, steigern uns dann und steigern uns noch einmal. Und das alles dann auf einer Körperseite. Dann wird gewechselt zur anderen Seite. Und that's it. Die ganze Challenge dauert 6 mal 30 Sekunden. Und alles, was ihr dazu benötigt, wäre tatsächlich einfach nur ein Handy. Ich hole jetzt mal meins. Und dann geht's auch direkt los. I'm ready. I hope you're ready, too. So, eigentlich würde ich einfach nur komplett mitmachen. Und jetzt. Also, Ausgangsposition. In einer Linie zum Körperhack zu arbeiten. Das obere Bein kreuzt das untere Bein. Hüfte, Schulter in einer Linie und der Ellbogen. Ganz wichtig, untere Schulter platziert. Ich empfehle euch, die Handfläche Richtung Deckel zeigen zu lassen. Und jetzt komplett das Körpergewicht auf die Fußaußen- und in die Kante zu geben. Und jetzt starte ich mit meinem Timeback. Ich könnte einfach mit einsteigen. Ich nehme den Arm über den Kopf. Das erschwert mir noch ein bisschen meine Übung. Ich schiebe die Hüfte noch mal nach vorne. Der Bauch ist fest. Genau. Und dann habe ich hier noch ganz entspannte 15 Sekunden, um mir wirklich aktiv besonders diese untere Region dieser seitlichen Bauchmuskeln und die Hüftenstabilität zu trainieren. Option, wenn es mir das Ganze schwerfragen sollte, wäre das untere Knie langzulegen. So, jetzt kommt auch schon die Progression. Ich habe es euch versprochen. Hip-Dips. Wir pulsieren hier am oberen Drittel. Bauch ist fest. Schulterblätter wieder zusammen. Besucht ihr gleich messig zu atmen. Der Blick folgt der Hand nach oben. Gut aus, behaupte ich jetzt mal bei euch. So, ihr habt noch 10 Sekunden. Spannt gerne oben noch den Bizeps an. Schaut mir gut das Brustbein. Es ist schön sauber nach vorne gerichtet. Ich hoffe. In der nächsten Sequenz rollen wir uns dann ein. From over to play. Also sprich rotating side over. Sehr gut. Schieben nach oben. Bauch ist fest. Immer wieder zurück zur Denke ziehen. In einer Einheit nach oben und nach unten drehen. Fokus ist hier nicht die Geschwindigkeit, sondern das Zusammenspiel, dass dein Bourbon und dein Unterkörper sich als eins bewegen. Zehn Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und stopp. Schnellen Wechsel. Wechsel die Seiten. So schnell können andere Minuten vorbeigehen. Ellenbogen wieder unter der Schulter. Bauch fest. Beine kreuzen. Und komm, Hüfte hoch. Sehr schön. Auch hier wieder drauf achten. Hüfte nach vorne. Arme über Kopf. Ellenbogen unter der Schulter. Und der Bauch in der Spannung. Sehr gut. Noch mal höher. Ihr sollt immer einen leichten Zugspannung hier im unteren Bereich. Eure Hüfte und Bauchmuskulatur spüren. Da bewegt sich langsam der Darm nach oben. Die Handfläche zeigt vor. Hip Dips. Wirklich hier. Wir bewegen uns mit der Hüfte im oberen Rüttel. Dort, wo wir die meisten Zugspannung verspüren. Und dort bleiben wir noch. Hüfte vor. Schulterblätter mehr zusammen. Hier noch eine Höhe generieren. Um mehr Ergebnisse zu erreichen. Fünf Sekunden noch. In die letzte Challenge. 30 Sekunden hier. Rotating Side Hover. Dreh dich wieder in einer Linie ein. Sehr gut. Schulterblätter wieder zusammen. Brust raus. Es kommt nicht drauf an, wie schnell ihr seid. Sondern wie effizient auch hier das Zusammenspiel schuhen zwischen Ober- und Unterkörper. Also Bauchmuskeln einziehen. Stürme die Seelis selbst. Schulterblätter noch einmal mehr zusammen. Die letzten fünf Sekunden. Sehr gut. Vier. Drei. Zwei. Halte kurz hier im Lenk. Elbungen unter der Schulter. Schulterblätter zusammen. Bauchfest. Zurück auf die Knie. Und ganz langsam in die Schulterbülle. Einen kurzen Moment entlasten. Oh yes. So. Das war der erste Streich. Ich habe da noch eine zweite Challenge für euch am Start. Ihr fühlt euch jetzt hoffentlich sehr, sehr erwärmt in diesem Bereich. Und das würde ich euch auch empfehlen, bevor ihr mit dem Core Workout startet. Ich bin jetzt hier hergerade. Für mich war es gleich. War schon warm. Aber unbedingt auch ein kleines bisschen aufwärmen. Leicht am Jog. Also am Platz joggen oder sonstiges. Oder ansonsten leichte Kniewolken, leichte Crunches. Und ihr seid auf Kurs 20 Reps. Zwei, drei, vier Minuten. Das wäre top. Gut. Nächste Challenge wäre dann tatsächlich eine One Minute Challenge. Ihr könnt auch zwei Minuten draus machen. Je nachdem, wie leicht oder schwer sie euch fällt. Es ist eine Dreier-Kombi. Triple-Kombi aus folgender Bewegung. Wir starten aus dem Pläck. Also sprich die Handfläche unter der Schulter. Schulterlätter weg von den Ohren. Die Beine also hüftschmal. Die Fußspitzen drücken in den Boden. Da war es fest. Und ganz wichtig, der Quadrizeps ist angespannt. Jetzt bilde ich hier ein sauberes Brett seine Linie. Und dann komme ich ohne Schwanken. From Hover to Black. Dann drehe ich meine Hand nicht nach vorne. Shouldersaw zurück. Up from Hover to Black. That's it. Bauch fest. Hüfte wieder tief. Schulter noch mal nach hinten. Und das durchgehend. Ein bis zwei Minuten. Okay. Gut. Wir steigen jetzt ein. Wir machen uns jetzt mal eine Minute lang. Es geht los. In drei, zwei, eins. Hier werde ich gleich benutzen. Okay. Leg position. Schulter nach hinten. Get prepared. Und go. From Hover to Black. Elbungen eng. Zieh die Schulterblätter nach vorne. Komm wieder nach oben. From Hover to Black. Oder schwanken. Down, down. Schulter nach vorne. Shouldersaw. 15 Sekunden geschafft. Wechsel auch unbedingt immer mal die Hände. In der Shouldersaw aktivierst du besonders das Oberbeteil deines Rückens. Das wiederum. Sorge für mehr Power und mehr Stabilität. Das bringt dich eine steige Herzstufen nach oben. Und arbeitet aktiv gegen dein Bewohner. Bauch fest. Buh nach hinten. Noch volle 15 Sekunden. Brustbein raus. Auch hier noch alles geben. Oh yes. Die letzten fünf. Vier. Drei. Zwei. Hold on. Bauch fest. Komm tief. Und entlaste noch einmal kurz in the chest pose. Und langsam nach unten fahren. Kurz stoppen. Und dann ganz langsam nach oben kommen. Sehr gut. So Leute. Wenn ihr diese Dinge beachtet, habt ihr schon eine schöne Ganzkörperstabilität generiert. Wir haben als erstes die laterale Kette so ein bisschen herausgefordert durch diese Progressionschallenge aus dem Side Plank. Dann mit dem Hip-Dip. Und dann mit der Rotation haben wir auch noch den Schultergürtel ein bisschen mehr mitgenommen. Und dann haben wir durch den Plank, also sprich from hover to plank, so ein bisschen an dieser intramuskulären Rondination gearbeitet. Und durch diese Shouldersong, wo wir uns wirklich aus der Schulter, nur aus der Schultergürtel, nicht aus den Beinen vor und zurück gezogen haben, haben wir speziell diesen Anti-Büro-Rücken-Effekt aktiviert. Und das ist wiederum super, super schön und gut für eure Haltung. Denn die Menschen, die Core Training betreiben und die sich wirklich wohlfühlen in ihrer Haut und im Körper, die strahlen das auch aus. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, vergesse oder vernachlässige ich mal aus irgendeinem Grund, Zeitmangel oder wie auch immer, mein Core-Workout. Fühle ich mich auch nicht mehr ganz so wohl wie in der Woche, wo ich es gemacht habe. Man kann sich trotzdem das Leben schön machen. Mit oder ohne Sport, keine Frage. Aber ein bewegter Körper ist meiner Meinung nach ein glücklicherer Körper. Das war's für heute. Eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit den Trainings.